Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Don't Starve mit dem Minyav. Wir togessern unter Zendibdi. Hallo Zendibdi. Don't Starve Together heißt das Ganze, ja? Das ist der Multiplayer-Teil. Aber wir versuchen gerade nicht zu verhungern. Nein, wir probieren hier zu überleben. Ich habe einen halbvollen Magen. Mein Hirn hält sich auch ganz gut mit unseren schicken Aloha-Grenzen hier auf dem Kopf. Ja. Das ist wunderbar. Soll ich mal einen Hasen kochen? Ich habe einen Hasen, habe ich mir gerade gekocht und ich bin jetzt wieder dreiviertel voll. Also mein Magen ist dreiviertel voll. Wie leer war denn der Magen? Wie viel füllt dann der Hase auf? Ich glaube, er hat jetzt nicht so viel aufgefüllt. Probier es mal. Guck mal. Ich habe mich darauf geachtet. Ich stehe jetzt gleich. Oh. Nee, das ist nicht wirklich viel. Nicht viel. Was können wir mit dem Hasen machen? Können wir die irgendwie züchten? Du kannst aus zwei Hasen, kannst du dir Irmafs machen. Hasen, Irmafs. Ohren. Ja, Rabbit Irmafs. Irmafs, Ohrenschützer. Genau, richtig. Wahrscheinlich, wenn der Winter kommt. Gut, ich habe jetzt nur eine. Also ich hatte zwei Hasen, aber mein Gott. Dann mörder ich jetzt den anderen auch noch und ess den. Mach das. Wie voll ist denn der Magen? Drei Viertel voll. Ich habe aber auch noch sechs Körner und ich habe auch noch acht Bären, die ich essen könnte. So, jetzt wird es dunkel. Drei Viertel voll. Hast du im Zweifelsfall was? Genau, das wollte ich wissen. Das ist aber ein bisschen wenig. Oh ja, das ist gut. Genau, das ist gut. Ich habe genügend Holz geschlagen. Und wenn wir Gold finden, wir sollten dann gleich mal einen Ausdruck machen. Und ich werde mir mal eine Fackel machen und die lege ich in die Tasche. Mach der I. Guck. Ich gebe mal zwei Samen auf. So, und wenn die Nacht rum ist, würde ich sagen, gehen wir mal zusammen los. Hast du eine Spitzhacke? No. Mir fehlen die Flints dazu. Wie viele Flints brauchst du? Aber komm her, ich mache dir eine. Ja, zwei brauche ich. Ich mache dir eine. Leg doch mal ein Feuer nach. Die Nacht ist vielleicht gleich vorbei. So, da ist. Und wenn das ausgeht, das können wir wieder anzünden. Ach so, die Feuerstelle bleibt. Die Feuerstelle bleibt. Das ist so eine Bleibende. Weil sie aus Steinen ist. Okay. Genau. Okay. So, und wir müssen bei diesen, bei diesen, diese Blumenkränze, die haben auch eine Haltbarkeit. Das siehst du rechts. Das Grüne ist deine Haltbarkeit. Ich drehe dich mal ein bisschen lauter, während du auf nochmal einen Lautstreck anpassen. So, ich gucke nochmal auf die Map und dann gucke ich mal, wo wir langlaufen gleich. So, ist besser. Was wir machen können, wir können mal zu diesem Wurmloch gehen und gucken, wo wir rauskommen. Da ist nämlich ein Wurmloch. Okay, das können wir machen. So, jetzt ist Tag. Komm, rechts raus. Ist Tag, ja gut. Dann gucken. Dann warte ich mich mal gucken, ob wir in die richtige Richtung laufen. Ja, wir laufen in die richtige Richtung. Ich folge dir. Wenn du die Autoren hast. Du warst schon richtig. Hier kommt irgendwo das Wurmloch. Wenn du es auf der Map siehst. Du siehst es nicht auf der Map, ne? Weil du nicht da warst. Ja, wir laufen aber schon fast drauf zu. Ne. Und ich hoffe, dann nimmst du mal das Korn mit. Ja. Oh, da ist noch eins. Deine Lautstärke müssen wir mal spielen. Früher warst du so brüllend laut. Okay, Entschuldigung. Aber ich habe dich jetzt lauter gedreht. Alles klar. Wird schon gehen. Im Übrigen, Don't Starve kommt jetzt. Die ersten Folgen haben wir ganz oft gespielt. Ah, hier guck mal. Hier ist ein Hase. Den nehmen wir noch mit. Dann können wir die Falle gleich wieder hinlegen. Nur als Hinweis. Wir werden Don't Starve ab heute müsste für euch Samstag sein. Samstag ist heute, genau. Ab nächster Woche kommt es dann Montag, Mittwoch, Freitag. Aber wir sind am Loch vorbei. Zurück. Hier ist ein Hase, meint. Dann nehme ich gerade mit. Muss nur die Falle setzen. Also wie gesagt, Don't Starve kommt Montag, Mittwoch, Freitag dann nur noch dreimal die Woche. Parallel zu Seven Days to Die. Guck, hier ist der Tote. Entschuldigung, ich muss unterbrechen. Ah ja, da ist er. Alles klar. Walk to Skeleton. Sonst schaffen wir das zeitlich einfach nicht. Genau. Ich würde es ja auch ganz gerne täglich bringen, aber das ist einfach nicht machbar. Ja. So, wo ist denn dieses blöde Wurm noch jetzt hier in die Richtung? So, wenn du Blumen findest, sammle sie ein. Weil wir uns dann demnächst... Da, ich bin eigentlich schon fast am Loch an dem... Wo? Hier ist es. Ich springe durch. Ja. Ich habe schon wieder Hunger verdammt. Die Tussi ist ganz schön gefrässig. Das finde ich immer übel, wenn sie dann reinhüppen und dann knurrt alles. Ach ja, okay. Wir haben hier viele Blumen, das ist gut. Und was haben wir hier noch? Auf jeden Fall können wir ja ordentlich noch farmen. Ja. Ich... Ups, Salah. Ich bin nach links übrigens gegangen. Also von deiner. Ich weiß nicht, wie deine Kamera eingestellt ist. Ja, ich drehe die immer wieder. Ich habe hier einen Fußtapser gefunden. Und wir sollen irgendwas... Wir sollen von irgendwas nicht so viel in der Tasche haben. Ich habe vergessen, was es war. Echt? Hast du es dir gemerkt? Ne, ich habe... Ach ja, von diesen Samen. Von diesen... Oh, hier. Schnell, komm hierher. Hier gibt es ganz viel Stein und Gold und so. Ich komme mal nach rechts. Okay, dann... Ich gucke einfach, was ich finde. Oh, jetzt ist meine Hacke kaputt. Wie blöd. Mache ich mir eine neue. Von diesen... Von diesen Pinecromes oder wie die halten. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich habe dich verdingst verloren. Ich bin... Ich bin links vom... Von dem... Das ist ja, wenn die Map sich dreht, äh... Ehe egal. Ich bin... Ich bin da... Du bist ja weggelaufen von mir. Bist du mehr hoch oder runter? Ich bin in die andere Richtung gelaufen. Ja, aber... Würde ich jetzt mal behaupten. Ich bin runtergelaufen. Okay. Ich würde gerne wissen, welche Richtung deine Kamera gedreht. Das ist irgendwie blöd, dass man... Oder wir sind es nicht... Das kann ich dir nicht sagen. Ich drehe meine Kamera immer ganz wild. Es sieht immer aus, als würde ich tanzen, wenn ich meine Kamera drehe. Ich drücke immer ganz wild auf Kuhling. Doch, jetzt hier kommen Steine. So. Aber wir brauchen ja Gold, gell? Richtig. Ich habe schon genug Gold zusammen. Da ist auch Gold. Oh, das sind Spinnen, naja. Oh, das ist gut. Die können wir dann auch gleich, ähm... Verkloppen. Weil die, ähm... Da kommt eine Spinne raus. Ich habe nichts zum Schlagen, oder? Geht nur mit Pickaxe. Pickaxe geht. Was anderes haben wir ja nicht. Ne, geht nicht. Schlägt nicht zu. Echt nicht? Doch, aber ich habe dich angelogen. Ah, ha, ha. Da kommt die Spinne. Wo ist sie denn? Die hat mich jetzt nicht mehr... Ist egal. Lass die Spinnen ruhen. Ja. Nehmen wir alles mit, was wir an Steinen kriegen können. Spinnen können wir auch später holen. Richtig. Es wird jetzt gleich dimmerig. Das ist nicht so schlimm. Oh, oh, oh. Was ist oh? Nix. Ich habe gleich zwei Spinne. Pass auf, komm zu mir, komm zu mir. Ich komme in deine Richtung. Ja. Kommst du in meine, ja? Ja. Willst du sie... Du kannst sie nicht schlagen, oder? Doch. Möchte ich, du musst Leertasse drücken. Mache ich. Aber du... Oh, meine Pickaxe ist kaputt. Attack, 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 Attack. Ach, stirb du Stück. Pass auf, pass auf, pass auf. Ja. Ich habe keine Spitzhacke. Warte mal, ich mache mir noch schnell eine Axt, oder? Ja, auch das. Mach schnell. Okay. Jetzt. So, ich habe jetzt noch 61 Prozent. Okay. Sehr gut. Ich habe alles eingesammelt. Dann zurück, komm. Zurück. Komm mit. Jo, 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 jo. Hier, komm mit. Folge mir. Ich folge dir doch. Jetzt macht doch mal nicht so einen Stress. Wir haben die Spinnattacken überlebt. Ja, aber jetzt ist gleich zappen Duschstoff. Oh, mein Herz und ich habe Hunger. Ich komme. Kannst du dir eine Handfackel machen? Ähm, ja. So. Nach links. Komm mit. Links durch. Da ist es. Okay, alles klar. Und wieder nach links. Oder? Ja, nach unten. Nach unten. Folgst du mir? Ja. Ups. Ja. Alles weiter. Jawohl, Chef. Wo sieht man, wie lange die? 53 Prozent, okay. Ja, ich habe noch 59. Okay, als den Weg hinlang. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Fangen. So, ich nehme mal die Fackel jetzt raus. Ja, wobei ich habe... Soll ich die Maschine bauen? Nee, ich baue die Maschine, ich baue sie nicht, weil ich brauche Stein. Soll ich sie bauen? Ich brauche Holz, meine ich. Soll ich sie bauen? Nein, ich möchte sie bauen. Ja, dann gebe ich dir Holz. Ich gebe dir mal... Ja, ich brauche aber erst Taschenplatz. Moment. So, ich habe dir jetzt mal meine Samenkörner gegeben. Habe ich gekriegt? Wie viel Holz? Vier, vier. So, und dann brauche ich was zu essen. Mache ich jetzt auch erst mal. Ich mörde jetzt erst mal ein Hasen. So, ich auch. Der Arme, wo ist er denn hin? Da. So, den esse ich jetzt. Und ich brate jetzt mal meine Bären. Die esse ich dann jetzt auch. Und ich werde jetzt auch gleich mal ein paar von den Blumen essen, weil mein Leben ganz schön tief nach unten ist. Man meint es überhaupt nicht. Wahrscheinlich, weil du mutig viele bist, gegen die Spinnen gekämpft hast. Richtig, genau so schaut es aus. Wir bauen auf jeden Fall. Hast du die Maschinen gebaut? Ja. So, was können wir jetzt bauen, was sinnvoll ist? Also, dass wir irgendwas anpflanzen vielleicht haben? Geht nicht, kann man nicht. So, doch. Bisschen Scheiße. Pflanzen können wir da. Genau, da brauchen wir dann irgendeine Bisschen Scheiße. Ich mache mir jetzt mal eine Brustrüstung. Oh, mir ist ein Bart gewachsen. Guck mal. Ja, und den kannst du auch rasieren. Oh, warte. Hier kann ich was herstellen. Kapstow. Was ist denn das? Das kenne ich gerade. Ein Prähistillator. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, was das ist. Das habe ich noch nie gebaut. Magic. Swing Kit. Oh, ich kann was zu nähen, kann ich bauen. Alles klar, verstehe. So. So, will ich noch ein paar Fallen aufsetzen? Eine Schaufel kann ich bauen. Das ist sehr gut, weil die Schaufel mit der Schaufel können wir nämlich die Bären ausgraben. Das habe ich schon in den letzten Folgen gemacht. Nur leider bin ich nicht dazu gekommen, die wieder einzupflanzen. Ja, weil wir dann raus wollten und wollten gucken, wie das mit dem Herz geht. Richtig, genau. So, ich gucke gerade mal hier. Wo waren das mit dem... Soll ich noch mal losgehen und noch ein bisschen Sachen sammeln? Ja, und du kannst dir auch irgendwie eine Voodoo-Puppe bauen. Okay. Was war ich mit der? Ich glaube, ich selber wiederbeleben. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe es in irgendwelchen Kommentaren gelesen. Ich weiß mal wieder nicht, ob es bei dir oder bei mir war. Aber irgendwo habe ich es gelesen. Ich mache mir jetzt so ein Cress-Suit. Habe ich gemacht. Ja, habe ich mir auch gemacht. Lustig, mit Bart und Blumen auf den Haaren. Ach, du kannst doch irgendwie ein Lock-Suit machen. Das ist wahrscheinlich noch mal haltbarer. Ein Holz... Was ist ein Hem-Bad? Ein Bad? Ein Hem ist normal... Ja, Hem ist Schinken. Und was ist... Bad, Bad, BAT? Fledermaus. BAT. Ah, okay, ja. Okay, ein Schienenfledermaus. Hm, was ist die Wur... Ah, wir brauchen Büffelscheiße. Okay, wir müssen... Shit, ich habe keinen Platz. Was mache ich jetzt? Ich habe nur einen Hase hier. Du kannst doch irgendwie Kisten herstellen. Ich frage mich gerade, wo man die herstellen kann. An der Maschine hat Fischkopf gemacht. Der hat erst Latten hergestellt und dann... Richtig. Ah, du hast Holz. Kann ich dir mal... Bleib mal hier, hast du Platz? Komm mal her. Nicht wirklich. Äh, doch, drei Platz habe ich. Da, hast du einen Hasen. Ich habe auch noch einen Hasen. Oh, cool. Einen Hasen ist gut, den kann ich essen. Locks. Wo ist das Structures? Chest. Da brauchen wir drei Latten. Wo sind denn Latten? Du musst an der Maschine stehen und wahrscheinlich... Ja, das bin ich. Hier unten. Bei... Ah, nee, das ist ein Schild. Sign. Kann man die Latten nicht anklicken? Und... Boah, wo sind die Boards? Hier ist Feuer. Magic. Refine. Die Maschine. Structures. Also alles, was du bauen kannst, ist grün. Und du kannst auch hoch und runter scrollen. Hey, Wall. Gunpowder. Rainometer. Thermal. Ich könnte ein Straw hat, ein Strohhut herstellen. Dann ziehst du aber deine, 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 ähm, Dings aus. Eine Shovel könnte ich machen. Das ist gut, weil wenn du an Bären vorbeikommst, könntest du die, ähm... Achso, ich kann sie, ich kann sie nicht carryen. Ich kann sie nur droppen. Da ist sie. Ähm, was mach ich denn jetzt? Dann lass sie stecken. Die bleibt da, glaub ich, liegen. Ich glaub, das verschwindet nicht. Dann mörde ich jetzt mal den Hasen. Oder ich steck sie mal ein. Ich könnte mal gucken, was unsere Traps sagen. So, da oben ist noch mal eine Falle. Die hab ich grad, die hab ich grad leer gemacht. Okay, die hast du grad gelegt. Wir müssen aber rausfinden, wo wir die, die Latten her machen. Hier, bei Boards. Das ist bei dem Diamantensymbol. Okay, dann mach du mal Boards. Ich geh mal Bären ausgraben. Und wir können Rope. Können wir auch machen. Mach ich auch mal eins. Ja. Damit wir einfach wissen, wie es geht. Und wir müssen Büffelscheiße finden. Ganz dringend. Moment, die Kisten. Da. Haywall. Sign. Wir können sogar ein Schild machen. Woodwall. Wo war denn die Kiste? Da oben ein Chest. Das drei von den Lattenbrauen waren. Dann mach mal eine Chest. Bitte. Wo hab ich jetzt? Ein Backpack im Aumann. Ach ja. 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 Ja, aber dann ziehst du, glaube ich, die Rüstung oder sowas aus. Ja. Zieht man die Rüstung aus. Mir egal, oder? Ja. Du bist dunkel. Kommst du zurück? Ich bin unterwegs. Mal eine Kiste auf jeden Fall. Das erst mal. Wo war denn die Kiste? Das war hier beim Zimmermann, ne? Sign Chest. So. So, die setze ich hier rechts vom Feuer. Nee, in der Nähe von dem Ding hier. So. Wie viel Platz ist da drin? Ah ja, okay. Dann packe ich mal. Dann hat er jetzt an Klamotten. Hat er jetzt einen Rucksack gemacht. Dann mach ich mal das Holz in die Kiste. Mhm. Mach das mal. Das ist gut. Und die Schilder kannst du dann ja dazu nehmen, um zu schreiben, was da drin ist. Die Rocks auch. So, ich hab jetzt mal ein paar Bücher ausgegraben. Ein paar von diesen Holzbücheln. Bücheln? Gold mach ich da rein. Lauf ich jetzt an dir vorbei oder lauf ich auf dich zu? Na, guck doch auf die Map. Ich shoppe auf jeden Fall die Bäume. Ich laufe auf dich zu. Ja, genau. Da sollst du dann, wenn du die fällst, sollst du die rauschoppen damit, ähm. Oh, ich bin ja doof. Warum? Egal. Gut. Äh. Mhm. Was? Wenn ich sie fällst, soll ich sie rauschoppen? Shoppen ist doch fällen. Nein, wenn du sie fällst, bleibt ein Stumpf stehen. Und wenn du die dann, ähm, rausschoppt, dann... Das muss ich mir eine Schaufel machen, meinst du? Richtig, genau. Die hast du. Ach, die hab ich. Die konntest du ja nicht nehmen, ne? Um Verstehen. Äh, wo ist die Faller? Da ist die Faller. So. Sitzt. Ja, ihr Lieben. Oder? Wir sind wieder am Ende einer Folge. Ja. Dann machen wir die Verabmoderation in der Nacht. Ja, ihr Lieben, war mal wieder ganz schön spannend, ne? Oder auch nicht. Wir, wir werden uns, äh, was, keine Ahnung, wann wieder, übermorgen halt, ne? So, Sonntag, Sonntag, müsste sein. Sonntag und dann am Montag, also wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder erst mal. Genau, ich mach jetzt hier mal ein Feuerchen, weil es wird jetzt dunkel und, hey, wir sind schon bei Tag 5 und wir leben beide noch. Ja, wir leben beide noch. Ja. Ich find das schon mal phänomenal. Ihr wisst, lasst uns einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Genau, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.